Ja, mein Name ist Sascha Rahm und ich habe letztens ein Video gesehen, da hat jemand gesagt, Nachteil von Selbstständigkeit sei, dass du dir selber Aufträge suchen musst. Also erst mal, wenn du selbstständig bist in meinem Team, dann unterstütze ich dich dabei. Das heißt, über meine Social Media Kanäle kriegen wir regelmäßig ausreichend Kundenanfragen rein und dann unterstütze ich dich an der Stelle. Ich bin also gerade was mein Geschäft angeht überzeugt, das ist nicht der Fall, ist kein Nachteil. Aber auch für andere Selbstständigkeiten ist es kein Nachteil, weil du kannst dich auf dich selber verlassen. Jetzt stell dir mal vor, dein Chef oder dein Unternehmen oder dein Konzern wäre nicht mehr in der Lage, ausreichend Aufträge zu generieren. Du könntest sie dir nicht selber suchen und wärst existenzbedroht, weil ein anderer im Unternehmen das nicht kann. Dann ist es doch besser, sie auf sich selber zu verlassen. Und wenn du mehr darüber wissen willst, dann ruf mich an, dann schreib mich an. Du bist es einfach nicht in der Lage, ich bin der Initiative. Du bist der Zufall- Und du kannst. Du bist es ein Zufall und dein Konzern, wenn du dich in diesem Zufall warst. Untertitelung des ZDF, 2020